Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 10. Juni Die Liebe ist langmütig und freundlich. 1. Korinther 13, Vers 4 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, jener furchtbaren Zeit, die so viele bedeutende Köpfe hervorgebracht hat, lebte ein Freiherr von Knicke. Der hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Über den Umgang mit Menschen. Man spricht heute noch von diesem Buch. Die meisten meinen, es sei ein Handbuch für gutes Benehmen. Das ist ein Irrtum. Dieser kluge Herr von Knicke hat begriffen, dass es eine große Kunst ist, mit Menschen richtig umzugehen. Eine Kunst, die überlegt und geübt werden will. So hat er Abschnitte mit dem Titel Vom Umgang mit Leuten, von verschiedenen Gemütsarten, Temperamenten und Stimmungen des Geistes und des Herzens. Er spricht vom Umgang mit reichen Leuten. Besonders schwierig erscheint ihm der Umgang mit geistlichen. Die Bibel ist mit Herrn von Knicke durchaus darin einig, dass der Umgang mit Menschen schwer ist. Knicke sagt nun, Vernunft und Erfahrung muss uns lehren. Und da allerdings widerspricht die Bibel. Sie ist überzeugt, dass unser böses Herz immer stärker ist als Vernunft und Erfahrung. Ja, die Bibel ist überzeugt, dass wir den Umgang mit Menschen nie lernen, wenn nicht eine ganz neue Kraft, eine Kraft von Gott, uns erfüllt. Sie preist den Heiligen Geist, dessen lieblichste Frucht die Liebe ist. Man kann den Heiligen Geist zwar nicht sehen, aber seine Wirkung beim Menschen kann man beobachten. Wo der Heilige Geist ist, da liebt man richtig. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Mehr ist nicht erforderlich, um richtig und gut mit Menschen umzugehen. Herr, schenke auch mir solche Weisheit, mit Menschen umzugehen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Jesus Christus segne dich.